Seid ihr bereit für die Schlacht? Helms Klamm darf nicht fallen! Verteidigt den Klammwall! Sie kommen die Leitern herauf! Lasst sie nicht auf die Mauer! Es sind zu viele! Sie stürmen die Mauer! Werft sie zurück! Auf die Mauer! Bringt sie zu Fall! Los Männer! Haltet die Mauer! Wir haben sie aufgehalten! Vorläufig! Bringt die Fackelträger zu Fall um jeden Preis! Sie bringen explodierendes Feuer auf die Mauer! Bringt die Fackelträger zu Fall, bevor es zu spät ist! Lasst sie nicht bis an die Mauer! Die Fackelträger! Bringt sie zu Fall! Die Fackelträger! Bringt sie zu Fall! Ein Fackelträger ist an der Mauer! Streckt die nieder! Was… Ja, genau! Haltet die Fackelträger auf! WP INABRIKA Ein Fackelträger ist an der Mauer! Streckt ihn nieder! Ein Fackelträger ist an der Mauer! Streckt ihn nieder! Wir haben es geschafft! Zurück zur Festung, bevor sie wiederkommen! Zurück zur Festung! Ihre Katapulte sind zu stark! Die Urux brechen durch die Mauer! Rückzug! Das Haupttor darf nicht fallen! Sie brechen durch das Haupttor! Verteidigt es! Werft sie zurück! Katapulte! Sie schießen auf den Klammwall! Werft sie zurück! Werft sie zurück! Wenn du hier! Fart sie zurück! Sie schießen auf! Ich habe es gelesen! Sie schießen auf ihn! Oh, oh, oh! Wir haben das Haupttor heldenhaft gehalten, aber die Mauer ist gefallen und nun wird das Tor überrannt. Wir ziehen uns in den Thronsaal zurück. Die Uruks strömen durch die glitzernden Grotten in den Thronsaal. Wir müssen Theoden helfen, ihn zurückzuerobern. Seid, wie wir kommen! Sie haben die Grotten zum Einsturm gebracht. Wir sitzen in der Falle. Hilfen wir, sie niederzuringen! Macht kurzen Prozess! Entreißt den Thronsaal Ihren Klauen! Geheimnis! Geheimnis! Wer hat den Stehlein? Sie sitzen im Thronsaal in der Falle. Lasst keinen entkommen! Zum Wall, Männer! Nehmt ihn! Und nehmt ihn schnell! Einstark und entschlossen für Gondor! Vorwärts, Männer von Rohan! Besetzt, was von der Mauer übrig ist und weicht nicht zurück! Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH